Hallo, wieder mal ein neues Game, Tanki Online, jeder kennt es schon, jeder will es haben, oder so. Ich habe gerade eine neue Karte entdeckt, die ein oder der anderen werden schon kennen die Karte, das ist die Karte Zukunft, ich kenne sie noch nicht, bin hier auf dem Server 29 gelandet, wie immer auf dem Server, mal mal gucken, was man da reißen kann. Wer sieht, es ladet noch ein bisschen, meine Draxen sind alle schon da, mal gucken, wann ich hier eigentlich mal erscheine, ach Göttchen, bei 7 sind wir, FP7. Oh, so sieht es schon, natürlich, sehr schöne Karte, gut geworden, kenne ich noch nicht, wie gesagt, das erste Mal, dass ich hier bin, ist so ähnlich wie Crash. Wann mal gucken, wo wir hier ankommen, fahren wir einfach mal ein bisschen rum, um zu schauen, oh, da können wir reinfahren, können wir durchfahren, hey, ist natürlich noch besser. Gut, dann machen wir mal durch, wo kommen wir an, nirgends, im Hinterhof, ah, im Hinterhof kommen wir da an, dann haben wir noch hier den Doppelschutz, mal gucken, wo der andere Spieler ist, wo der sich rumtreibt. Mal gucken, ob wir noch ein bisschen was machen können. Puff, hat sich gemacht, habt ihr gesehen? Einfach mal so ein bisschen puffig macht. Ja, das ist halt ein Kinderspiel, manche Erwachsener spielen das auch. Übrigens, man kann den Turm auch drehen, man muss nicht nur mit dem Panzer drehen, der funktioniert auch. Und wenn ihr denn irgendwo mal stehen bleibt, zum Beispiel da, drückt da einfach mal die C-Taste und dann könnt ihr wieder zurück zur Ursprungsposition. Wer es noch nicht kennt, jetzt kennt das. Na, wo versteckst du dich? In welchem Gang? Na, schauen wir mal, ob wir an den PIN sind. Vielleicht können wir hier auch noch abschießen. Da sind ein paar Alkade. Na, mal gucken. Wird einfach mal gucken hier. Gleichzeitig mal ein bisschen mein Mikrofoto testen, ob es funktioniert. Hat ab und zu mal eine Macke. Und schön grün in der Stadt. Sieht so ein bisschen aus wie Schirnebiel. Obwohl ich da noch nie gewesen bin. Oh, ich kann mal anfallen. Mal gucken. Oh, ich kann mal ankommen. Aha. Kann man hinterher ein bisschen aus. Gut. Na, mal schauen wir mal. Ach, ist sehr langweilig. Ich kann auch mal hoch. Ich kann auch mal da irgendwie noch hoch. Schauen wir mal. Da ist ja was. Noch mal hochfallen. Ja, fahren wir da noch mal hoch. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ich will nicht mehr, wie ich mich noch mal auf. Weil, wie geht es dir. Ich kann mich nicht nachher ein bisschen aus. Ich kann ja pass. Ich bin weiter.